3 immer sein klingt in so bei ihr zu tun da war im Tor St von dem aktuellen Zerbernein nicht so gut ausgemacht in das Krieg auf die gleiche Haus weiterbauen kann er hier kennen sie erlaubt man kann das zweite ich weiß nicht weiter mit dem Abend kann ich nicht lesen ja er kann nur lesen man muss 80% Stein verwenden komm machen wir das jetzt mal den ganzen Ende hier warum muss man 80% Stein verwenden für seine Haus weil es eine Stadt ist und in einer Stadt braucht man keine Waldhäuser wenn man heute bauen möchte man nicht einmal nicht im Wald vergraben und klar die ja ja jetzt kommt Backlogin auch Platz suchen war das aber wollte er bauen, er wollte auch neben den Gummibärchen bauen neben dem Gummibärchen ist kein Platz mehr ja, das habe ich auch gerade mir auch gerade eingefallen das ist ja und bin ja noch im 8-Modort cool, hui hui oh, Bad-Lock-Inhalter, ich gebe halt gleich alle sauren da-dum, 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 da-dum alle machen ungefähr was ist das, also unten überhaupt in den Meer, dieser 1 Obsidian-Teil da oder was da aussieht das ist, das ist, da ist ein, ähm, von Ali erfunden, ein sogenanntes Höllen-Kabinett da kann man sich rein stellen dann sieht man das Wasser nämlich nicht mehr und da kann man nämlich als Monster sehen und Höhlen und Caves wo? Das ist eine Erfindung von Adi. Wo ist das? So, jetzt mach ich erstmal hier einen Punkt hin. Da. Mal schauen, ob man schon schwimmen kann. Jetzt abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nein, es werden immer mehr. Und jetzt? Mal, zu dysknetzen, aber sofort. Sofort dysknetzen. Komm, passt gut. Oh, oh. Ich bin gerade erst reingekommen. Sieben, S. Gerach, Gerach. Sieben, S. Ich hab noch eine Frage. Was ist das denn mit diesem... Was ist da da unten? Mit dem CD-Jährigen, was so ähnlich aussieht. Hab ich doch gesagt. Nein, das hat mein Internet abgeschissen. Das ist ein Höllenkabinett, da kann man nicht reichen, da sieht man das Wasser nicht mehr, da kann man die ganzen Mops. Und so weitersehen. Komm, man da runter ein Leben. Ich bin gerade eine Straße am Wochen. Ich bin, ich hab gerade aus Versehen jemanden geschlagen. Und man muss jeder einzelne Ampel mühsam stecken. Jede, muss jeder einzelne Ampel mühsam schieben. Sag mal so. Sim, darf eine menschenvolle. Das ist voll die, voll hier, ne? Kinderarbeit. Immer mehr als 20. Ja. Sim, da hat einer eine Falle gebaut. Moment. Da kann jemand reinfallen. 24, yes. Das ist nicht mehr so wenig. Die Daten 28 oder 29 müssen reichen. Ja, da. Sehr klar. 29. 29, yes. Das war auch mal ein Schwimmenkampf. Wie, aber das ist so viel. Aber ich kann nicht, ja. 28, der perfekt ist. Oh, und das ist auch noch 100. Vorhin hab ich so irgendwo ein Höllenkabinett gesehen, Wahnsinn. Alter, ist das Teil hier drin, cool. Ja, wirklich, man sieht das Wasser nicht. Film wohl ein Höllenkabinett. Hä, Flo, wo ist das? Ja, wirklich, wo ist das? Das ist so geil. Aber man verliegt uns noch ein bisschen. Wo ist das? Aber so ist es ein Leben. Ich weiß, wo. Perfekt. Und ja, sieht doch mal gut aus. Ich muss nicht, aber ich hier noch, weil die kommen ja weg. Aber ich mach mal gleich, schau mich. Ja, jetzt noch. Boah, hier drin ist ein Glück Luft. Und diesen überdies dummen Portale. Kann ich mich da reinziehen an den See? Hey, cool, ich bin da mal so eine Sprüche. Ich bin jetzt eigentlich der Bürgermeister von Venedig für eine Woche, ne? Ja, weil der tatsächlich hier weg ist, wenn der den Aufwand gegeben hat, dann ja. Gut, ich werd jetzt mal in Venedigen kleinen Rundgang machen, ne kleine Routineuntersuchung. Also nur rumlaufen, ne? Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Hey, komm, du. Ich steh dich doch an. Ich hab's doch an. Ich muss in mein Haus. Was ist dein Hausverarmelos? Hey, du auf die Hochkarte, ja? Hey, du auf die Hochkarte, ja? Ja, komm, du komm, du komm, du komm, du komm, du komm, du komm. Meine. Meine Maus bin gerade. Ja, ganz weit. Gut, meine. Ah, ja, das ist Haus von Hongkong. Hey, komm, meine. Und sie dürfen doch bleiben, oder? Nein, 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 nur ein, man darf nur einen Hund haben. Hä? Wer sagt, welche Regel sagt das? Das sagen wir. Weil, man darf nur einen Hund haben. Weil, so wie sie hat, man einen Hund auf uns steckt. Hä, Tim, darf man mehr, wie viele Hunde darf man haben? Na, ey. Ähm, von mir her, diese Tests hier ist nicht abgeschlossen. Ja, die brauchen, da ist nix drin. Ich mach das erst später. Meine Hunde ist... Mann, ey, immer werden meine Hunde gekehlt. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Mal Backstern, ich hänge mit ihnen die Hunde tot. Stressvoll. Ich gebe dir mal... Hey, mein Hund ist auch tot. Ja, er geht immer alle Hunde... Ja, ja, weil, ich muss vorstellen, jeder einzelne Hund auf dem Server ist ja sozusagen wie entgegen. Da muss ja alles berechnet werden vom Server. Und da bewegt sich ja separat unterschiedlich von den anderen. wenn er in die 20 30 Hunde am Start hat das dann fängt es selber an schnell an zu lecken deswegen werde ich regelmäßig die Hunde resetten fast keiner hat den Hund weil die so selten zu sein sind eigentlich die offensichtlich gar nicht selten ich sag gar nichts es war mein erstes Mal dass ich einen Hund geworfen habe aber warte ich schreibe mal auf die Hunde oder und dann wird man das bringen dann die Hunde können ja doch gleich ausgestattet werden kann ich ein weiteres Jahr kann ich nicht ausschalten dann geht es mal ein Menschen und sagen mit einer Regel kommen weil ich bin ja die Hunde da liegen lassen ja die Regel alle Hunde direkt in den Weg findet man kann auch nicht sagen jemand hat zu wenig Knochen macht einfach hier WAP M WAP M WAP M und dann hat man genug Knochen im Teil ist WAP M nur vor einer Woche dass die dann auch wissen wir würden der Hund hier hier ist einer der Monsterfalle das ist aber nicht meiner die stehen einfach immer sinnlos rum die parken hier einfach anscheinend wahrscheinlich damit die hier unten nicht ins Nichts fallen vom Wasser ins Nichts gefallen ein Glück ist nicht mein Haus der Kontrolleer nein das bin ich gerade ertrunken ja Kontrolleer weg ich kann ihn auch nicht sehen WP 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 Einfaches WP 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 M D und dann aber ein Haus aus kann man ja gehen also gar nicht mehr als im 10 aber ich bin Bürgermeister und darin es ist gut die Katze und hätte für mich im Zoller 1 1 10 er will ich nicht hier auch bei der Arbeit ja ich kann eh nicht in den Betracht auch in der Klammern er war 1 und dann auch brauchst du die gleiche einsteigen und dann ein schalter macht die dass der das macht 50 nachvollziehbar hat man auch kontrolle er hat wird 6 5 6 nur alle guter weiß hier alt abgeschlossen aber jetzt kriegt man gratis Bote die erste und jetzt ist es zu sagen ist es zu sagen ich verkaufte hier die Hälfte ein Haus ist geschätzt niemand kann hier rein kommen weiss nehmen Karte wurde er hat der Linkleiter schon entdeckt dass man die Gratisboote holen kann ja auch wenn wir machen werden dort gibt es die Bote er könnte ja genau ich habe ein Ziel erreicht ich will nämlich dass die Leute mit in Venedig mit Booten umfahren das ist eigentlich der eigentliche Sinn von Venedig ja aber es geht ja was zum Leben ist von meinem Haus über den Zuhörboden rumfahren das ist abgesperrt man kommt nicht rein als ich habe hinter mein Haus nach nachher er hat er ich bin nett ich bin nett und Prozent enthält die Absperrung davor genau endlich und er macht das erste Bild dankbar soll ja eine Wege nach außen jetzt guck ich mal bei Ali ob er auch verbotene Sachen hat glaube ich der ist eh gebannt der ist eh gebannt sein Haus steht die nicht abgerissen weil er X-Ray benutzt hat nochmal sofort weil der jetzt mit zwölf Diamantblöcken rumgerannt kann ich deine I-Thing fahren ich hab kein Holz im Boot 44 4 2 2 dann bekomme ich keine I-Thing kann ich nicht in keinem Boot die ganze Zeit der Boote am Sporn am Weg an die Sperrung ist immer noch nicht weg ich bin auch ein Weg machen es ist auch eine Bürgermeisterin Bürgermeisterboot so ein Jahr ist weg da kommt wo ich kaputt für ganz einfach drüber fallen hier neben dein Haus das das ist ein bisschen in beiden Häusern das ist alles kaputt das ist alles kaputt nein bei ich bin ein 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 er hat er gut angetragen das in dem vor dem finden wo man auch sagen kann das es wurde Prozent längst und so fallen lassen jeweilig will dass man Brotskrieg und keine Gratis Holz und Sticks wir haben das Land auch machen dass die Worte gar nicht kaputt gehen das werden geist das ist ein Geist der wirklich cool und das ist ein guter Anliegen gut rumfahren ja dann geht sie nicht immer wieder ja man kann einfach rüberfahren und ich kann ja auch ein Schild noch einmal dass man 64 auf einmal kriegt aber ich habe was ausprobiert hat man gesehen hat nicht jemand eine Bootmaschine gebaut also der Maschine die hat man aufgebaut wenn man dann ein Boot rein gemacht hat ist das Boot versprungen um ein Ding Prozent 50 Prozent sachen also 50 Prozent 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 und die Worte gehen einfach automatisch kaputt ja das ist nicht einfach an die Antoine an die Mauer 1 die Lasse ich habe was nach Hause 1 so wie die Hälfte hat die Hälfte der Sound weg geht wenn wir ja was soll er hat die Erkannte halt also muss er machen immer wieder steigte extra das ist so diese mal schafft es ist darüber ja ich habe es kaputt m k er ist dabei ich schlage die Wurzeln für das Haus wieder an den Leuchtingen Kornal hat auch so ein Haus in Noten muss aber ein Zeichen Einti Niemann der Unterhaltung der Unterhaltung der Unterhaltung der Unterhaltung der Unterhaltung der Unterhaltung in der Mannschaft große